ARD Text im Auftrag von Funk Meine Damen und Herren, wir kommen zu unserem letzten Blog. Ich hoffe, ihr habt noch genügend Kraft, da durchzustehen, weil es wäre sehr unhöflich, wenn ihr am Schluss keine Fragen, sondern nur Schlachtgeräusche kenntet. Also bitte fit bleiben. Robert Wöndler nimmt das Thema Tracking im Web, warum Alice das eine sieht und Bob das andere. Und jeder, der schon mal etwas krypto oder etc. gehört hat, weiss, dass die beiden Namen nicht zufällig wertvoll sind. Viel Vergnügen und das Mikrofon ist frei für dich. Also, merci beaucoup. Ich glaube, es sollte gut sein. Das ist natürlich ein Fake. Also zum Start ein wenig. Natürlich hat es gesucht das Ergebnis. Also, ich möchte mir sagen, es gibt natürlich den Begriff Tracking. Entschuldigung, das glaube ich über Deutsch sprechen. Tracking, den kann man natürlich mal neutral definieren. Es gibt Eye-Tracking. Es gibt eben Tracking, so wie der Titel es sagt, im Web. Und ich habe dann folgendes vor. Zuerst ganz klassische Definition. Und dann die Geschichte mit dem Tagesanzeiger und NZZ. Und ich habe noch die Republik dazu genommen. Das ist eigentlich nicht eine Paywalls-Studie. Also, das ist so ein bisschen der Aufhänger. Dann will ich ein paar Methoden vorstellen. Beschränke mich eigentlich auf vier bekannte und relativ alte. Also, ein paar E-Mail, Cookie und z. Und dann der Rest. Also, der Vortrag ist ein bisschen lang. Also, der Rest ist dann Mail-Interpretation. Also, zuerst gehe ich ein bisschen auf die Fakten, in Anführungsstrichen, ein. Und dann Interpretation. Und wir schauen einfach, wie weit wir kommen. Ich habe den Fehler gemacht, dass sich einen 19-Minuten-Vortrag als 30-Minuten-Vortrag eingegeben haben. Wir Bärner, das hat ja die ETA mit einem Studie schon mal bestätigt, sind ziemlich langsam. Und dieser Vortrag ist jetzt halt entsprechend schnell. Also, eben, quasi ein Fehler. So, frei nach Olaf Schubert. Wir ziehen das durch. Ihr habt bezahlt. Da ganz kurz. Ich gehe gar nicht gross drauf. Eigentlich könnt ihr dann auf der Ampage nachschauen. Das ist mal so eine Idee. Warum heisst das Forschungsstelle? Das war mal so vor zehn Jahren oder so. War das eine Idee? Und ob es jetzt irgendwas draus wird, wenn man das so sagen will, Richtung Informationsaustausch-Röcherche-Plattform. Das ist natürlich, ich sage jetzt mal, ein Hobby von ein paar Berufsleuten. Ein Schlagwort, das man natürlich diskutieren oder immer wieder diskutiert, ist Digitalisierung. Also immer das heisst, ist es mehr ein Hype, das wäre jetzt so ein Beispiel, oder ist es mehr ein gesellschaftlicher Veränderungsprozess? Und bei all dem, wie bei diesem Vortrag auch, oder wie plakativ sollten uns ein Vortrag, das wurde ja auch schon auf der Einladung geschickt. Also ich bin eigentlich nicht, ich habe meinen Job. Ich habe ein paar Lieblingspläne da drin, zum Beispiel Sicherheitsökonomie oder so. Gut. Eigentlich würde das schöne Geld funktionieren, glaube ich, nicht. Seht ihr auch nicht. Jetzt geht das auch nicht mehr. Okay. Ich nehme mal den. Dann hoppa. Wir nehmen aber so weiter. Doch, geht? Vielleicht ganz kurz Web, Mail und Apps. Also der Tinder sagt Web, aber natürlich Mail, Apps und das ganze Internet, könnte man sagen, ist natürlich betroffen von Tracking. Ich schlage mal vor, Tracking eher das Nachverfolgen, also verstehe ich jetzt mehr, eher das Nachverfolgen oder das Datensammeln. Man könnte sicher anders definieren. Und das Profiling wäre dann vielleicht das, was man daraus macht, also Profile erstellen, Daten einer Person zu ordnen. Beispielsweise auch natürlich sehr bekannt, also die Verhalten zum Ziel Profile. Das will man ja zum Beispiel in der Bewertung. Jetzt ist es strittig ein bisschen so in der Literatur. Ist Tracking eigentlich neutral definiert? Also wie der Begriff Eye-Tracking, den man in der Medizin zum Beispiel verwertet oder eben im Marketing, ist das neutral definiert? Oder ist Tracking-Bedefinition unerwünscht? Je nachdem, wie man die Frage beantwortet, kann man vielleicht benignet, gutartiges oder bösartiges Tracking unterscheiden. Ich weiß nicht, ob das der Wahrnehmung entspricht. Das Problem ist ein bisschen die Abgrenzung. Wenn man sagt, es gibt ein Benignes, also ein gutartiges Tracking, dann ist es ja eigentlich dasselbe wie gar kein Tracking. Also könnte man sagen, Tracking ist immer bösartig in Anführungszeichen. Und vielleicht das jetzt trotzdem, beim gutartigen Tracking könnte man das typische Cookie, eine Sitzungsbezeichnung, also beispielsweise ein Logging bei einem Shop, könnte man als gutartiges Tracking bezeichnen. Also die Selbstvermessung jetzt als Schlagwort, müsste man eigentlich auch dort reintun, das ist irgendwie freiwillig. Also jedenfalls den Teil, den man freiwillig tut. Und dann wäre natürlich das maligne Tracking, das deutsche passt mir irgendwie jetzt aber ich glaube, man sagt es so, wäre dann ungewollt oder eben ohne Zustimmung, auch intransparent, sagt die Forschung, und anlasslos könnte man auch noch sagen, weil der Anlass fehlt, also ein Logging als Beispiel. Und das ist natürlich eben aus der Sicht der Kundin oder der Website-Besucher hin. Die Annahme beim Benignen-Tracking, wenn ihr demnach symmetrische Interessen, jetzt wird das oben ausgedrückt, also beispielsweise dem Zeitungs-Digital-Abo, da akzeptiere ich, dass Cookies gesetzt werden, damit mein Logging nicht cut werden. Wohingegen bei den asymmetrischen Interessen weiss ich ja zum Teil gar nicht, dass das Tracking passiert, und ich will eigentlich auch nicht unbedingt gezielte Werbung. So, jetzt kommen wir mal schnell zur Titelgeschichte. Klar, Paywall ist die eine Antwort, aber die andere ist ja noch nicht geklärt. Warum kann Alice und Bob etwas anderes sehen unter Umständen? Also, ich weiss jetzt nicht, ob ihr das schon so erfahren habt. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass ich von Leuten einen Artikel oder einen Link vom Tagesanzeigerartikel weitergeschickt habe, und die haben gesagt, die können das nicht lesen. Also, das wäre so eine typische Erfahrung. Vielleicht ganz kurz, ob es uns eben nicht um Perivas an und für sich geht, es gibt so die Begriffe hart-weich kombiniert, und vielleicht sind jetzt diese drei Medienprodukte aus der Schweiz, könnte man mehr oder weniger dort einordnen. Ich habe mal eine MENA-Frage gemacht, an der NZZ Tagesanzeiger der Republik, mit ein bisschen unterschiedlichem Interesse, wie ihr seht, was die Antwortzeit betrifft. Aber naja, die NZZ sagt, weltweit einzigartig mit ihrem dynamischen Paygate. Was jetzt interessant ist, das rote, dynamische Komponente, finde ich interessant, abhängig vom individuellen Userverhalten und dessen Kaufwahrscheinlichkeit. Also, das ist natürlich eine Art Algorithmus, den Sie nicht offenlegen, finde ich auch noch interessant. Also, da sind ja irgendwelche Userverhalten dahinter. Und der letzte Punkt auch, nun kam 5% Conversion, das heisst, die Rate, die Sie erhalten, dass Leute dann wirklich bezahlen, und es zeigt ein halb Prozent, es geht das relativ hoch, das muss man sagen. Die zweite Seite der Antwort von der NZZ ist so ein bisschen ohne Mitregistrierung, aber noch kein Abo, und dann nur mit Abo, also naja, wesentlich interessiert. Die Tagesanzeige sagt, Sie haben ab 2017 ein Abo-Plus-Modell eingeführt, und ja, Sie haben eigentlich klassisch 5-7 Artikel pro Tag im Normalfall, also Sie gehen davon aus, also die Leute sich nicht schützen von der Abo, dann haben Sie irgendwie 5-7 Artikel pro Tag. Entschuldigung, nein, Sie ist eigentlich exklusiv, sagen Sie da. Der Inhalt ist nur für Abonnenten lesbar, sagen Sie. Also, ein bisschen Widerspruch zu dem, was ich sehe, ich sehe das immer. Also, so, dieses Ding da, mit dem Abo-Plus markiert, habt ihr schon gesehen vielleicht, wenn ihr mal auf Tagesanzeiger seid. Die Republik, ganz kurz, die haben natürlich ein Modell, da muss man zahlen, der Inhalt kann aber freigeteilt werden, also wer Abonnent ist, kann den Artikel auch teilen. Die Reichweite interessiert Sie in dem Sinne nicht, und was eben das Tracking betrifft, das ist interessant für uns jetzt hier, vielleicht das mit dem YouTube, oder wenn Sie ein Beispiel ein Video eingebettet haben, dann warnen Sie zuerst, bevor Sie das YouTube-Video abspielen, damit, so die Erklärung von der Republik, damit die Leute sehen, aha, okay, da kannst du von YouTube getrackt werden. Gut, vielleicht ein kurzes Fazit, wenn man so will. Soft Paywall, ein bisschen locker in der Handhabung, TEA, und NZZ hat so eine Art dynamisches Payday, der Republik relativ hat der Paywall. Natürlich ist das Schulbeispiel Wall Street Journal, schon seit einigen Jahren. Das berücksichtigt jetzt nicht dieser Tracker von Tracking-Filmen, also von Drittparteien-Filmen bei der NZZ und Tagesanzeigen. Gut, das war, ja, das jetzt, warum können jetzt einige Leute gratis lesen und andere nicht? Wir gehen da noch ein bisschen in die Tiefe mit den Methoden. Es gibt ganz viele Methoden, aber das ist jetzt wirklich unsortiert, ich gehe da auch gar nicht gross drauf ein, es sind wahrscheinlich noch 100 andere, die es auch noch gibt, habe ich gar nicht erwähnt. Ich möchte vielleicht, auch hier funktioniert das nicht mit der Farbe, okay, ich möchte vielleicht diese vier vorstellen, ganz kurz, das sind alles relativ alte und bekannte Methoden an der Technik. Und das ist jetzt eigentlich das, wenn ihr euch interessiert, was Third-Party-Inhalte sind, und ihr das nicht kennt, dann schaut doch mal dieses Beispiel an. Nehmen wir an, wir haben Alice, Alice.ch, die hat ihre Homepage, und Bob hat seine Homepage mit Bob.ch. Und was jetzt hier die Alice macht, ist, sie hat ihr Bild, das ist meine Homepage mit ihrem Bild drauf, und der Bob sagt, okay, das ist meine Freundin, aber ich bette dieses Bild ein, also es ist wirklich Alfengerstoff, oder die anderen kennen das. Die Alice hat ein Bild, das heisst Alice.jpg, und der Bob sagt Alice.ch, ich binde das so ein, also ich hole das eigentlich auf der Homepage von Alice. Einfach Leute, die das vielleicht nicht, von der technischen Seite nicht verstehen, so funktioniert eigentlich ganz grundsätzlich Dörr. Alles eigentlich stark für einfach, das ist schon klar. Jetzt nehmen wir mal an, zwei Wochen später ist Alice ein bisschen verrückt auf Bob, und sie wechselt ihr Bild aus, und lässt alles sonst gleich, die Alice.jpg ist jetzt ein Bild von Bob, und sie sagt, Bob ist so doof, oder? Und der Bob, der hat nichts gemacht, der ist jetzt ein bisschen, ja, der hat das irgendwie nicht gemerkt, und jetzt wird raus, dass er immer noch Alice.ch, Alice.jpg einbettet, ist natürlich dieses Bild ein anderes, und er hat das vielleicht noch gar nicht gemerkt. Das Prinzip, es geht ja um das Prinzip, Bob bettet ein Bild ein von Nannis, also von einer dritten Person, und Bob könnte auch einen Tracker einbild. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen würde, auch wenn es eine sehr vereinfachte Darstellung ist. So funktioniert eigentlich Dörr Party-Tracking, und das ist, muss man sagen, das häufigste Tracking eigentlich. So sagen wir. Gut, ich gehe mal auf das Mail-Tracking ein, äh, Spam, oder? Das ist nicht Mail-Tracking per se, man könnte sagen, Spam ist per se, oder Scam ist eine Art von Tracking, man könnte es so einordnen auch nicht, kennt das, oder Spam, manchmal Medikamente und so. Oder da ist ja auch interessant, die Mail darf, hallo, ich bin die an, und sie schickt mir da Bilder, warum weiss sie das, oder? Was fällt hier auf? Diese Datei, lawf.odt, ist relativ selten, dass man nicht ein Doc oder Docx-Dokument einfühlt. Ich habe das mal aufgedacht, nein, also natürlich, dass er nicht öffnet, ist schon klar, aber ich wollte mal schauen, ob da irgendwelche Tracker-Drients drin sein könnten. Ich denke, hier ist es nicht der Fall, aber wäre auch eine Möglichkeit, sicher nicht die klassische. Gut, also es gibt zwei Orten, laut der Forschung, die ich gelesen habe, Anschauen von Mails, Tracking durch Anschauen und durch Anklicken von Links. Ich glaube, die meisten, die das vielleicht, äh, ja, gemerkt haben, wissen, von was ich rede. Man sagt, 85% der Mails enthalten Trittinhalte, also Tracker-Firmen, und nicht der Absender, der dich hier trägt. Also wenn dir jemand ein Mail schickt, wie zum Beispiel von einem Newsletter von Tagesanzeigern, das ist nicht der Tagesanzeiger, sondern dem Drittinhalte-Tracking-Firmen. Und 70% davon sind eben eindeutige Tracker, also 70% dieser Drittinhalte. Und was interessant ist, und wahrscheinlich vielen Leuten nicht bekannt ist, also diese Drittin-Trittfirmen, also wenn dir der Tagesanzeige ein Mail schickt, 19% sagt eine Auswertung, liegt genau die E-Mail-Adresse an Dritte, also an diese Tracking-Firmen, wenn man das Mail öffnet und keine Vorgehungen trifft, natürlich. Und auch interessant, wenn man das Mail ein zweites Mal auftut, und 21% haben, also zu dieser Auswertung von zwei oder drei Jahren, das wird schon relativ alt, haben mindestens einen anderen Drack gedauert bei mir neuten Öffnungen der Mail. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Das ist ein Beispiel mehr, also so sieht es aus. Load Images habe ich jetzt ausgeschaut, also diese Drittinhalte, aber sonst würde jetzt hier ein Bild kommen und es ist ziemlich sicher, auch jetzt ein Kunden-Mail ist, ziemlich sicher ein Treppel dabei. Zweitens, die zweite Möglichkeit ist vielleicht offensichtlicher, oder wenn man sich vorher schützt, wenn man einen Link anklickt, aber das wissen auch viele Leute nicht, erstaunlich viele Leute wissen nicht, dass wenn man einen Link in einem Mail anklickt, dass häufig eigentlich die E-Mail-Adresse entweder direkt oder verschlüsselt, oder ein Halbverschlüssel drin ist, weisst du, wie bei Mailchimp, ich habe hier ein Beispiel, oder so ein typischer Tracking-Link in einem Mail, oder hier auch sieht man jetzt hier, also sieht man auch überweiten Mail als Text an, seht ihr hier, Beobachter, oder macht das auch, Mailchimp, Beobachter verwendet Mailchimp, diese Versandplattform, und hat auch noch Anzeigen drin, ok, ja, das ist klar, die lange Tracking-Links drin. Man kann natürlich in seinem Mail-Programm, hier ist das Beispiel von Thunderbird, das andere soll das auch gehen, kann man natürlich Reintext einstellen, oder reine Text, übrigens eine Empfehlung, es ist nicht weiss, mach das, weil vielfach Tätinhalte ausschauen genügt nicht, das wäre jetzt vielleicht zu biodetaus, wenn man das noch anschauen würde. So sieht ein Mail aus vor Änderung auf Text, Sie seht jetzt da, das ist Riscoms per Mail, und das, nachher, ich bin gar nicht so unglücklich, dass das da noch etwas kürzer ausschaut, wenn man das nur aus Text ausschaut. Oder jetzt hier ist ein Meister-Service-BS-Spiel, so sieht das aus, seht ihr vorher, nachher, oder Netz-Ticker, relativ lange Tracking-Links, E-Mail-Adresse drin, ganz schön. Da, jetzt ein Beispiel, Entschuldigung, da schreibt das zum schönen Namen da, Bund oder Zeitung, der Bund von BM, also Tagesanzeiger-Konzern, so sieht das aus, und jetzt auf Test, die haben das nicht verstanden, also der Bund weiss nicht, dass da eine Möglichkeit gibt, oder es stimmt etwas nicht, am 12. Februar, und sie haben da jetzt Daten drin, die sie gar nicht wissen, also der Absender checkt das auch nicht, so sieht das aus, muss man nämlich so importieren. Gut, also, zum Schluss vom Mail-Tracking, ich würde empfehlen, wenn ich das wollte, stelle da einen Mail-Client reinen Text ein, oder vereinfacht das HTML, Inhalte blockieren genügend nicht immer, weil es gibt noch andere Möglichkeiten, wie man, ohne dass man es so gross merkt, mit HTML-Mails, Entschuldigung, mit HTML-Mails, aber blockieren in dritten Inhalte, trotzdem ein Trecker. Webmail, eher wahrscheinlich nicht empfohlen. Ich komme zu den Cookies, das ist wahrscheinlich bekannt, weil sie ziemlich hart sind, typisch Login, das kennt man, Personalisierung ist ein anderes Beispiel, bei einem Webshop kann das durchaus sinnvoll sein, wenn er sinnvoll sein muss, das muss immer ausgehen. Mythen, Cookie-Mythen, habt ihr vielleicht auch schon gelesen, ein Cookie ist eine kleine Textdatei, natürlich sind Cookies nicht Textdateien, das heisst eigentlich seit mehr als 10 Jahren, bei einem Falle von Firefox, ist eigentlich egal, warum interessiert uns das, das ist mein Punkt hier, vielleicht nicht einmal an die Entwickler, oder vielleicht nicht einmal an die Entwickler. Der Vorschlag war, mal vor 10 Jahren, der oberen Software-Ingenieurin hatte mal vorgeschlagen, man könnte es so definieren, das finde ich gut, unter den Jahren danach, heute, Informationen die Website auf Ihrem Computer ablegen. Das ist relativ allgemein, passt mir aber irgendwie noch, die Definition von Cookies statt zu sagen, Textdateien, was definitiv falsch ist. Zweiter Mythos, Cookies sind ungefährlich, ja im Prinzip schon, aber man kann sie halt für ganz blöde Sachen machen, also wenn man es mit dem Essen, NSA, alles haben zutraut, ist klar, aber es gibt auch, sogar mit 2-Faktor-Autorisierung, gibt es einen Punkt, wie man eben mit Cookie-Fishing doch ziemlich blöde Sachen anstellen kann. Fazit hier vielleicht, ja schon ungefährlich, aber eben auch wieder nicht. Dritter Mythos, Cookies von Drittanbieten blockieren, und Guties, nicht ganz, also es ist empfohlen, also es ist allgemein empfohlen, aber die Forschung sagt eigentlich, die systematische Forschung sagt eigentlich, dass das nicht so viel bringt. Und zwar deshalb, weil third-party Cookies, also dritte Parteien, Cookies, können eben zu first-party Cookies werden. Ausserdem, das hat nichts mit Cookies zu tun, du, 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 da kann man es sowieso ein Monitor einbauen, hier, und das ist ziemlich blöd, da kann man es dagegen machen. Thema ist zum Glück kavinein ein bisschen gestorben, oder auch fleischgestorben ist, aber es gibt gleich noch diese Cookies zu tun. Vielleicht das Fazit bei den Cookies, interessant, das ist Precislyотр messici. Cookies, Grundierdatum, Menge sind irgendwie nur so im Bereich von 1%, also man könnte ja bösartig sein, ja der Rest ist, naja, eben. Tracking im nicht unbedingt immer positiven Sinn. Oder jedenfalls, mir geht es auch so, also ich bin vielleicht 1% in einem Webshop und der Rest, gut, ja, nicht beantwortet, das ist klar. Jetzt will ich euch noch schnell bei der Session, die bei uns auch noch interessant vorstellen, das ist eine Tracking-Variante, die auch schon ein bisschen älter ist. Da geht es darum, vielleicht war jemand beim Key-Rennangtreferat heute Morgen, einen Tweet oder einen Facebook-Eintrag, der noch gar nicht abgeschickt worden ist, der ist dann in der History, die die Katharina bekommen hat. Das ist so eine Form von Session-Replay oder Autofill-Abuse, wenn man so will. Also Texteingaben, die Sie machen in einem Webformular, z.B. in einem Shop, die werden schon abgezogen, wenn man so will, bevor man sie eigentlich abschickt. Also der User denkt typisch, weiss er, ich schicke das dann ab, aber okay, jetzt will ich doch nicht, aber das weiss ja niemand. Aber das ist nicht unbedingt so. Jetzt schaut euch schnell dieses Princeton University Demo-Ding, aber es ist echt, also es ist echt im Sinne von nachgestellt. Auf der linken Seite habt ihr die Website, ich gehe jetzt da in einen Shop rein, und auf der rechten Seite habt ihr quasi das Copic oder das Dashboard, das ein Operator bei diesem App-Shop, das wird wahrscheinlich irgend sonst etwas sein, hat, das sieht dann so aus, das ist ein kleines kurzes Video. Ich gehe jetzt auf diese Website, das ist natürlich lokal aus, weil es eine Demo ist. So, jetzt mache ich da das, hier drüben ist der Operator, der hat da sein Dashboard. Jetzt hier auf der linken Seite seht ihr jetzt gleich, ich gehe gerade etwas, gebe ich da ein, ich habe vielleicht schon Daten erfasst, und jetzt gebe ich da noch meinen Namen, E-Mail-Adresse und so ein. Und der sieht das da auf der rechten Seite gerade aus, ich habe von euch abgeschickt, oder? Oort New York und so weiter, man sieht das jetzt für euch wahrscheinlich nicht, aber das spielt keine Rolle, es ist einfach eins-zu-eins so kopiert mit einem JavaScript, Geburtstag und so weiter, und dann überlege ich mir, ich will es doch nicht abschicken, aber der hat es schon, also der hat die Daten schon. Egal ob ich es habe, Kreditkartnummer oder alles da, Passwort natürlich auch, selbstverständlich nicht verschlüsselt. So, und jetzt schaut er das noch an, er kann das so hin und her scrollen, also ich habe da noch, vielleicht noch gar nicht abgeschlossen oder gespeichert oder abgeschickt, und das ist alles da schon eigentlich, wenn man so will, in so einem Code-Beat vorhanden. Einfach das so als Beispiel. Und hier ein Beispiel-Skript, also wie das Skript aussehen könnte, zwar jetzt Autofillabuse so genannt, was so abgesogen werden könnte, also Geburtstag und Nationalität jetzt als Beispiel, oder wie das ist, Alter natürlich, Haushalt, also Children, Beziehungsstatus, Autos und Haustiere, Postcode, all das Zeug, jetzt als Beispiel Versicherung, Kreditkarte, hat Auto, welches Jahrgang, welcher Typ und so weiter. Und eben, das Beispiel hat jetzt die Forscher ein bisschen ratlos gelassen, weil es nicht ganz so klar war, wie man das genau braucht. Es ist ja klar, dass nicht überall eins zu eins vorkommen kann, oder? Aber es gibt diese Filme, selbstverständlich, also es ist so ein Beispielanbieter, der das da irgendwo präsentiert. Und hier, in 2017 waren es einige Sites, darunter zum Beispiel Schweizer Freitagskalender, CHD-Social-Skripts brauchte, damals, heute vielleicht nicht mehr, weiß ich nicht. Und dann gibt es solche Anwendungsfälle, vielleicht ganz kurz. Die Story ist hier, dass eine Person einen Brief fragt, das ist offenbar ein echter Fall, mit korrekter Privatadresse, eine Einladung für eine klinische Psoriasi-Studie, und sie sagt, sie wissen nicht, woher die das wissen. Könnte jetzt so ein Fall sein. Die Frage ist natürlich, wie repräsentativ ist das? Weiss man nicht so genau, man weiss, dass die Damen gesammelt werden, das schon. Ja, ich weiss nicht, habt ihr das keine Ahnung, diese Techniker haben schon längst ausgeführt. Wenn man sich fragt, ist das kriminell? Nein, das ist das natürlich nicht. Es ist kein Sicherheitsrisiko, das ausgenutzt wird. Privatfähre, könnte man bösartig sagen, interessiert eigentlich niemand von der Technik, ist niemand schon ständig, es ist kein Sicherheitsrisiko. Voilà, so sieht das aus. Tracking in der Praxis will ich auch nicht in Details gehen, aber das ist schon so, oder? Wir kennen zum Beispiel Google Analytics, all die Tracker sind schon relativ verbreitet. Voilà. So, das war es jetzt zu den Methoden. Jetzt kann ich anbieten, aufgrund der Zeit, ganz kurz entweder, zum Beispiel da mal ein bisschen vorwärts. Zum Beispiel das, oder? Ja, IT aus dem einen Garten, sinnwürdig gemeint. Man könnte sich natürlich fragen, ja, was ist die Abhilfe? Wie kann ich das eindämmen? Man kann, also das wäre, je nach Sicht, eine positive Nachricht. Das sogenannte Sponierzeilen reduzieren. Aber eben, tiefe Aktivität kann auch heißen stark geträgt, und hohe Aktivität, zum Beispiel mit dem Handy, schwach geträgt. Also es kommt schon darauf an, was man wie tut. Und, naja, wenn man natürlich so ein bisschen satirisch sein will, also man kann ja das Leben genießen, aber man kann es auf Facebook darstellen. Ich würde sagen, wer jetzt wirklich Einsteiger ist, so wäre der Vortrag gedacht, einfach eins tun machen, oder eins, zwei Dinge, einfache Dinge umsetzen, weil sonst geht man genervt auf. Gesunde, skeptisch, klar, oder so. So ein bisschen Entümpel vielleicht, so wie der das da auch ein bisschen ironisch gesagt hat, in einem Post. Vielleicht noch eine kurze Idee. Ihr könnt mich natürlich jetzt mit Tomaten bombardieren, oder weiß ich was. Also so als Vergleich, Junk IT, Junk Food. Die SRG berichtet meines Erachtens selten über Junk Food, und wir werden dann noch McDonalds voll wollen. Aber wir akzeptieren, als wäre es nichts anderes, als WhatsApp oder Snapchat, was es dann ist, wohlwollend. Es gab kürzlich eine Sendung, da wurde eine Stunde über WhatsApp berichtet. Das ist kein Witz, oder? Ich fand das noch relativ komisch. Ich meine nur, viele Leute sagen, wahrscheinlich eine Prothese kann man doch nicht vergleichen. Vielleicht, vielleicht war das eben McDonalds vor, ich weiss nicht, wann das kam. Auch so. Einfach so als Idee. So, und jetzt ganz kurz zum Schluss, weil ich habe von viel zu mal einen Vortrag. Man kann beispielsweise beim Browser, also wer jetzt Browser braucht, das ist natürlich, wenn ihr wählen wollt, dann wählt ihr Browser und wählt Feierwolf. so als unter den Experten halt doch noch ein bisschen Dreck in Arm, oder man muss es vielleicht so sagen, man kann ihn besser einstellen. Versucht das Add-on, U-Block Origin, falls ihr das nicht schon bekannt habt, das wurde heute x-mal erwähnt, das sind sich alle eigentlich nicht empfohlen, hingegen diese, aber ich will nicht, Kontrawerbung ist nicht mein Thema, aber das ist schon so benutzt, wenn ihr etwas benutzt. So sieht es aus, wenn ich U-Block eine Seite aufrufe, die eben auf der Sperrliste ist, jetzt hier in der Fernseite Sperrliste, aber auch sonst die Deutsche Power, die könnte man eigentlich auch ganz ausschauen, man könnte JavaScript ausschauen. Bei Mail natürlich eher halt Mail-Programm, und es muss auch nicht gerade Outlook sein, für Privatpersonen, im Geschäft muss man vielleicht viel haben, und natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, besser ist noch reiner Text oder vereinfacht, das hat er natürlich mit den Einschränkungen, die ich erwähnt habe, zum Beispiel. Mobile, versucht das mal für Mail aus, oder kann man, ist das noch nicht sowieso schon gemacht, als Beispiel. Kanon ist da nicht so vorgeleglich, jetzt in der Halthaltung von Reintechs, aber ja. Mobile, könnt ihr beispielsweise mal einen Anti-Browser ausprobieren, wieso nicht Fennec, oder eine Privacy-Browser, brauche ich jetzt noch ganz gerne. Das, dieses Prinzip von Blockade, ich bin nicht so Fan, aber eigentlich finde ich es eine gute Sache, grundsätzlich, wenn ihr etwas installieren wollt, installiert beispielsweise das, das blockiert doch ähnlich wie bei U-Blog, heute im Browser, doch ziemlich viel Tracking und Werbung. Ich bin nicht so Fan vom System, wie dieses Machen. Und noch etwas, es gibt auch diese Nippo-Worts, das erinnert von vielen, wo man Apps mal auf Tracking untersuchen kann, und machen wir doch ein Beispiel, schau mal hier, SRF-Meteo oder Acht-Tracker, und die Bekannten, wo ist das Problem? Ich kann ja auch sagen, ich nehme jetzt die Mutter von der Universität, was ist das, Kassel, ganz sicher, Sekusa, die so eine Research-Gruppe Null-Track ist, und habe ich einen Nachteil, und ich bin jetzt so ein Wetter App-Fan, aber das ist das gleiche Prinzip, also es wäre einfach eine Idee, nicht dogmatisch oder so, ich kenne diese App auch zu wenig, und die gut ist. Dann gibt es natürlich noch fortgeschrittenere Sachen, man könnte sagen, ja, stell doch mal das Ökosystem uns, ist immer ein bisschen ein Klischees, Vorurteile, wer vor allem Golf fährt, der stellt jetzt nicht auf Rönaum oder so, die Franzosen, sowieso so, oder? Analisierungsnetzwerke, eigentlich das ganze Thema, das die digitale Gesellschaft kann ja auf diese Weise eigentlich eher abdecken, eher als ich. Aber man muss schon auch sagen, auch wenn das nicht anpasst, aber öffentliche, sogenannte öffentliche Lizenzen, wäre ein Thema für sich, gerade heute auch im Vortrag, die haben je nach Forschung bis zu 100, also klassisch einmal 100% weniger Tracking, weil es eben öffentlich einsehbar ist, und da will niemand sagen, ich baue mir schon gleich die Tracker ein. Mobile könnte man F-Droid benutzen, statt als Android App Store, und nicht etwa auf die Google, Marketingfall reinfahren, wenn man so will, ja, das ist unsicher, und so. Nein, natürlich nicht. Es geht als relativ sicher, es geht nicht sicher. Es geht an der Suche, könnte man etwas tun, man muss ja nicht gleich, die Tracking haben und eher, bei Messenger könnte man etwas tun, wenn man das will. Es gibt wirklich, ja, so mit Automativen, Betriebssysteme nicht ganz vergessen, es hat schon eher so, oder der Android auch nur beschränkt, also es gibt dreckinarme Android Roms, und da sind schon viele Leute wieder überfordert, weil sie das jetzt sehr gut entstehen können. Ich mache das jetzt jedem, der daherkommt mit dem Handy, weil ich finde, ja, okay. Also wenn es sich gerade 100 schafft, auf den Sinn machen, wie das uns geht. Gut, da der letzte Punkt, wirklich der letzte, glaube ich, man muss sich hören, aufhören, wer Vortippen ist, finde ich auch noch ganz eine so Idee, mal auszuprobieren, ob das nicht so wäre, next, klar, so was. Es ist einfacher auch schon, finde ich, man kann wirklich relativ viel tun, man kann ja, wenn man wirklich WhatsApp brauchen, wenn es dann nötig ist, ein kleiner Hinweis bei WhatsApp oder so, ich hätte da noch eine Story über WhatsApp gehabt, aber das reicht von der Zeit her nicht, kann man schon brauchen, wie immer, aber es ist natürlich Tracking, wahrscheinlich mit grossem Abstand Tracking number one, das ist top, eine Top-Erfindung, und man sagt ja, die 19 Milliarden, die damals bezahlt wurden, sind mir gering. Der Netzwerkeffekt, den ja vielfach genannt wird, auch bei Facebook, mit der Realität, wenn man es untersucht, es gibt einige Forschungsarbeiten, stimmt das so eigentlich nicht ganz, das ist schon wahr, oder wenn mehr Leute auf Facebook, auf WhatsApp und so sind, da profitiere ich irgendwie auch so, aber wenn man schaut, mit wem ihr Nachrichten rumschickt, dann sind das vielfach, halt forschen, drei, vier Leute, die wirklich, also die könnte man wahrscheinlich sogar von der Familie konvertieren, oder konvertieren, quasi bekehren, auf einen anderen Messenger, nur so das nebenbei. Voilà, das, ich muss hier hören, glaube ich, weil der Trend abgelaufen ist, wir haben es geschafft, es sind noch hundert andere vorne, aber die lasse ich jetzt, und ich würde sagen, ich bin jetzt nicht so schnell, weil ich von Berg bin, aber mit einem Ads oder so, ist das sonst verfügbar, da könnt ihr, wenn es jetzt wirklich jemanden interessieren, entweder auf der Gipi gehen, schauen, digitaler Gesellschaft nach, oder, da werde ich wahrscheinlich etwas mal drauf haben, unter den, unter der Adresse, Schrägstich Winter Kongress. Voilà, danke schön. Wir haben dann, wir haben noch Zeit für minus fünf Fragen, wer möchte trotzdem kurz eine Frage stellen? Nur kurz, was spricht gegen Daktakon? Sie sind mir unsympathisch, das ist natürlich kein Grund. Ähm, jetzt müsste ich ausholen, oder ich sage es so, ähm, sie haben eine, sie machen ein paar gute Studien, und die, ähm, die bashen ein bisschen Google, man kann ja jetzt sagen, das ist normal, oder in den USA und so, das macht man einfach, äh, man basht die anderen, und macht das, macht dasselbe, ist vielleicht ein bisschen plakativ, ich würde jetzt nicht unbedingt Daktakon brauchen, ehrlich gesagt, das ist mir jetzt nicht die, äh, äh, das ist der Dreckingart der, äh, äh, Suchmaschine, aber man kann sie schon brauchen, naja, sicher. Also ich würde auch eher als Google, also, wenn man denn auf das schauen will, oder, dann steht mir das so, ne? Es gäbe ja noch so vieles Chaos, ne? Als, äh, ja, das kenne ich zu wenig, ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, ich habe mich da nicht aufgeführt, als nicht zu verwenden. Ich glaube, das ist noch einer der, vermutlich besseren, bin ich mir jetzt gerade besprochen, ich brauche sie. Aber, also Daktakon macht schon nicht genau das gleiche Buben. Ja, das stimmt. Ähm, was dort vielleicht ein bisschen, äh, das Problem ist, man kann es nicht so gut überprüfen. Sie sagen das schon, Sie behaupten allerhand, oder? Und das ist eben, ein bisschen, weil, also, ich gebe dir recht, also, ich kenne es eigentlich auch zu wenig, aber, wenn man ein bisschen schaut, was die, ähm, wie soll ich jetzt das sagen, was, was die kommunizieren, und was dann überprüfbar ist, und was sie bashen, andere, dann ist das, kann man sagen normal, oder, ist okay, darf man, aber das macht so ein bisschen einen zielspätigen Eindruck, jetzt im Vergleich beispielsweise zu Search, das ist Punkt, das ist Punkt dort, oder was, Punkt me, ja. Wo man alles eigentlich überprüfen kann, man kann sogar den Code lesen, ich sage nicht, dass es jemand tut, aber man könnte, ja, wenn man wirklich wissen will, was dort abgeht, könnte man es schon. Am Ende, am Ende aller Tage, ist ja die Frage, wie all die Serviceanbieter im Netz, ob das jetzt Suchmaschinen sind, oder, äh, Tageszeitungen, oder you name it, äh, Geld verdienen können, ja. Und, wenn wir nicht bereit sind, für die Inhalte zu bezahlen, dann werden sie versuchen, Geld auf andere Art und Weise zu, äh, zu definieren. Weil das sind, privat wirtschaftlich geführte Unternehmen, mit Angestellten, mit Geld verdienen wollen, um die Familie ernährt zu haben, und, äh, und eine Miete zu zahlen haben. Also, jetzt nur, Tracking ist, ist nicht schön, aber das ist die einzige Möglichkeit, heute für die Unternehmen, äh, halbwegs, äh, kontinuierlich Geld zu verdienen. Und, äh, und, äh, da müssen wir uns auch als Nutzer selbst mit die Nasefassung sagen, wofür bin ich eigentlich bereit, am Ende des Tages Geld zu, äh, Geld zu bezahlen. Welche Superstellen darf ich denn bezahlen, dass sie nämlich nicht trackt? Die gibt's doch gar nicht. Und das ist Absicht. Also, es gibt zum Beispiel E-Mail-Dienste, die hab ich, da zahle ich einen Euro pro Monat, und dafür, ähm, dafür werde ich nicht gesprengt. Ich muss nicht auf Gmail, und so weiter. Also, zum Teil gibt's ja Angebote, bei der Suchmaschine jetzt, ne? Aber, ich denke, es gäbe einen Markt dafür, äh, für solche Angebote. Wenn ich, danke, DOKO, oder Swisscaus, nicht regelmäßig ein Obelus spendiere, als, als Funding, werden die Eltern auch, sich Gedanken gemacht, wie sie, äh, ihre Angestellten, äh, zu bezahlen. DOKO sagt, machen halt, kontextbezogene Ads, ne? Also, sie gucken nicht, wer du wisst, und hier, die Personalisierte hätte zu machen, sondern, sie passieren reiche halt, und sagen, es funktioniert. Ja, ich meine, das ist, das ist genau das gleiche, aus der, das haben sie gezogen, aus der anderen hohen Welt, ja? 80 Prozent der Leute haben draußen am Briefkasten ein Kleber hängen, ich möchte keine Werbung haben. ne? Und, das funktioniert im Internet offensichtlich nicht, weil, da gibt's kein Briefkasten, wo ich was anklicken kann. ne? So. Und, natürlich müssen, Service-Provider, wie Super-Schienen, oder auch Wetter-Service-Provider, müssen irgendwie, Geld generieren, um die Leute zu bezahlen, die den Code schreiben. Ja, ne, also, wo das halt gut besteht, E-Mail, die Wetter-App, die, vielleicht, vielleicht, teuer ist, aber nicht noch gut und so, da sollte man das bezahlen, da sollte man das völlig einigen, ne? Aber es gibt halt einfach Bereiche, wo das auch unterdrückt wird, und es gibt keine Suche, es gibt halt auch Scale, wenn man dann stehen würde, man würde das sofort für Glück machen, weil, so viel Geld kann man ja nicht zahlen, wenn man das nicht mehr finden würde, als mit Super-Kin. Okay. Ja, vielleicht wäre es vom Schluss, aber es gibt dieses Zitat, welches ich noch ganz schnell sagen will, von Bruce Schneier, gut, das ist natürlich nicht neutral in dieser Sache, aber er hat ja irgendwo durchrecht, und es ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass MZZ und B, oder was auch in der Republik, Geld machen mit ihrem Modell. Funktioniert offenbar relativ, ja, gut, wie man sieht, vielleicht jetzt, in mehreren Jahren natürlich, schon länger, und haben die auch einen Punkt. Mit Taktaktoro habe ich jetzt auch nicht wahnsinnig Mühe, wenn die, so wie die mit einem Herz umgehen, ah ja, ist auch ein Modell, oder ist wahrscheinlich ein bisschen, ja, besser, wenn man so will, ja. Also es wäre ein langes Thema, und das ist so ein bisschen, oder in diese Richtung kann man natürlich schon ein bisschen aufwarten, kommentiert, wie bei der Briefkassenwerbung, oder anderer Werbung. Es gibt übrigens Studien auch das, abschliessend dazu, die sagen, dass die Tracking-Geschichte eigentlich wirtschaftlich durchaus zwiespältig, also es profitieren voran die ganz grossen, und nicht unbedingt die kleinen, die man gerne unterstützen würde. Das hat auch wieder Effekte, also Gründe dafür, also wirtschaftliche Gründe, also wirtschaftswissenschaftliche, und so weiter. Okay, gut. Also wir müssen definitiv Schluss machen. Wir müssen jetzt mal kurz nach, bis jetzt mal wieder zurück. So, ich bin jetzt mal wieder auf, bis jetzt mal wieder auf, bis jetzt mal wieder auf. Vielen Dank.